Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, leichte, 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 leichte Rührung, guck dir die Knapp an da vorne, guck dir die Knapp an. Das ist so hoch, da wäre jetzt zwei Kontoren eingehaut in das Land. Rennst du schon mal auf? Aber da draußen müsste es nicht vorbei. Ja, und die Knapp ist. 191, er führt. Mega, hoi, 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 hoi. So, ja, das weiß ich nicht. Man könnte sich da freilich auf die Hälfte, dass die Anhaltsgriffe, seine 400 km auf den Kurs zu fliegen. Da haben jetzt wurde wieder abgefeiert, nach dem Auto. Und ich dachte mal, ich bin der Unterkrieg, der ist weiter mit dem Auto. Da kann man ja die Gärte hin. Raus, wir dürfen es sein. Wir dürfen den da nicht beheben, der sollte sich was schieben. In der Online-Knahms İnsanleiter und der Knapp. Im Vorderbereich. Rostring in Büchel, vorne weg, der Stettinger, mit einem Spitznagel-Eigembau der fleißigesten Position in der Deutsche-Meisterschaftsbindung. Wenn man jetzt aber nicht darüber sagen, dass die Deutsche-Meisterschaftsbindung in alles, was wir sehen, in allen Städten gemeinsam Dann die 100 und 17. Dann die Dritte, die 150, die 140, die 100 und der Wolfgang schwach. Dann die Dritte, die 150, die 140, die 100 und der Wolfgang schwach. Dann die Dritte, die 150, die 100 und der Wolfgang schwach. Ja, wenn man jetzt auf der zweiten Position fährt, bei diesem Schlapp, meine Damen und Herren, dann hat man schon Sichtprobleme. Erkennen Sie die Farbe noch, meine Damen und Herren, oder ist es ein eindeutiger Traum? Ah, sonst kriege ich die Information, hoi, Klammenwerfer, sonst kriege ich gerade die Information, dass bei dem Martin-Müller-Römer eben ein Kupplungsdefekt war, deswegen hat der Feenstand zustande, der ist so offensichtlich die Kupplung abgehauen und dann hat er das Ding gekriegt. Ohne Vorfahren. Ohne Vorfahren. Ohne Vorfahren. Ohne Vorfahren. Ohne Vorfahren. Ohne Vorfahren.